Zusammenschluss, Eigenverbrauch, ZDV oder ZEV, kurzumbündig. In einem Mehrfamilienhaus oder bei Reihenfamilienhäusern immer das gleiche Bild. Jede Partei hat Zähler und das lokale EW stellt den Strom in Rechnung. Die neue Welt sieht anders aus. Es hat eine Photovoltaik auf dem Dach oder auf mehreren Dächern und Zähler sind intelligent, die Solarstrom messen können. Was muss geregelt sein? Man ernennt einen Verwalter ZEV, das kann ein Immobilienbesitzer sein, das kann eine Gruppe aus der Sto-W-Schaft sein, das kann eine ganze Genossenschaft sein. Die regeln in einem Vertrag mit der Mieterschaft, Sto-W-Schaft, was ist die Kosten des Solarstroms, wie sieht es mit der Dachnutzung aus, Mitbestimmung und so weiter. Zudem hat der Verwalter ZEV einen Vertrag mit dem lokalen EW, der darin steht, wer ist in diesem Zusammenschluss Eigenverbrauch, welches Produkt bezieht man und so weiter. Was ist zudem neu? Der Verwalter ZEV stellt Strom in Rechnung und nicht mehr EW. Das kann er sehr wohl, weil die geeichten Zähler können Solarstrom vom Netzstrom unterscheiden und das kann man wie an Nebenkosten oder direkt in Rechnung stellen. Gut dabei zu wissen ist, dass der Preis vom Solarstrom nicht teurer darf sein als mittlerer Produkt vom EW. Das heisst Win-Win für beide Parteien, Mieterschaft, Bewohnerschaft hat säubereren Strom zum gleichen Preis oder günstiger und die, die sich an dieser Photovoltaikanlage beteiligt haben, können ihren Strom zum einen fairen Preis absetzen und müssen dann nicht für ein paar Räppchen ins Netz verschenken. Zudem zwei Daumen nach oben für unseren Planet, denn es wird mehr erneuerbare Energie produziert und auch verbraucht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017